Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ist Digitalisierung natürlich ein Hebel, wenn nicht sogar der Hebel, um Effizienz zu erzeugen, um Prozesse schlanker zu machen, schneller zu machen. Und mein Appell an der Stelle, ich weiß es vielleicht dem einen oder anderen, der kann es nicht mehr hören, der sage, trotz diesen Herausforderungen bitte das Thema Digitalisierung nicht hinten runterfallen lassen, es ist essentiell. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mitte der 60er Jahre passten Computer noch nicht in unsere Hosentasche. Damals waren das noch riesige Rechner, grau, klobig und verdammt teuer. Es war die Zeit, in der sich die deutschen Steuerberater in einer Genossenschaft zusammenschlossen, um die Anschaffung dieser neuen, teuren Technik gemeinsam zu stemmen. 1966 war das. Die Geburtsstunde der Dativ und, wie der Zufall es will, auch die Geburtsstunde oder genauer gesagt das Geburtsjahr von Robert Mayer, der seit 2016 die Dativ führt und mein heutiger Gast im Chefgespräch ist. Dativ, mehr als 8.500 Mitarbeiter, etwas mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, 530.000 Kunden. Und so wird es im Folgenden um die Frage gehen, warum dieser Papierkram, dieser lästigen Steuererklärung so furchtbar kompliziert sein muss. Darum, wie Manager bei einem Strategieschwenk oder überhaupt im Unternehmen mit Widerständen umgehen sollten. Wir sprechen in der nächsten knappen Stunde über eine sehr spannende Station in Mayers Karriere, seine Zeit bei der Treuhand in Berlin Anfang der 90er Jahre und auch über sein Talent an der E-Gitarre und die Frage, wie er aufs Pferd gekommen und vor allen Dingen drauf geblieben ist. Und damit herzlich willkommen, Robert Mayer. Frau Berner, ich grüße Sie. Mein Name ist Varinja Bernau, ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Beat Balzli, der langjährige Host dieses Podcasts, hat die Wirtschaftswoche verlassen, aber das Chefgespräch, keine Sorge, soll Ihnen erhalten bleiben. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir, was Ihnen besonders gut und gern auch, was Ihnen ganz und gar nicht gefallen hat, an chefgespräch.atvivo.de. Herr Mayer, starten wir mit der Gretchenfrage. Haben Sie die Steuererklärung für 2022 schon abgegeben? Ja, also sagen wir mal ganz ehrlich, so schnell bin ich dann auch nicht, auch wenn ich an der Quelle sitze, aber ganz klar, sie wird fristgerecht abgegeben werden. Das heißt, wann machen Sie dann so für gewöhnlich Ihre Steuererklärung? Also ich habe eigentlich schon im Jahr 2022 damit angefangen, damit sich die Arbeit jetzt nicht im Anfang 2023 kumuliert. Das heißt, viele Themen sind vorbereitet, schon berechnet, sodass ich dann am Ende nur noch die Themen wirklich in die Erklärung einfügen und übertragen muss. Das heißt, Sie machen das schon ganz fortschrittlich an dem Computer und nicht so mit Prinzip alle Papierbonds im Schuhkarton. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo ich es nicht mit dem Computer gemacht habe. Das war auch schon vor meiner Zeit bei der DATEV. Ich glaube, als Steuerberater ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man sich bei den Themen immer der EDV bedient hat. Aber glaubt man einer Umfrage, und das tun wir natürlich, die EU-Unternehmen, die DATEV im vergangenen September durchgeführt hat, dann sind Sie damit ja eher in der Minderheit. Damals sagten unter Ihren Mitgliedern, ich sagte es eingangs, DATEV eine Genossenschaft, sagten 56 Prozent der Steuerberater, dass sie die Belege der Unternehmen noch in Papierform bekommen. Ja, also das zeigt mit Sicherheit eine Momentaufnahme, aber wir stellen auch fest, dass sich das in den letzten Jahren doch signifikant verändert, sprich auch verbessert hat. Es gibt immer mehr digitale Zusammenarbeit, also die Kollaboration, wie man es so schön neudeutsch sagt, zwischen Berater und seinen Mandanten wird immer digitaler. Und wie das auch das Geschäft der DATEV verändert, da werden wir später noch drauf kommen, aber zunächst muss ich nochmal den Finger in eine Wunde legen, denn Sie waren ja nicht immer so vorbildlich in Sachen Digitalisierung. Während einer Videobesprechung zu Beginn der Corona-Pandemie war plötzlich ein Faxgerät in Ihrem Homeoffice zu sehen. Was war denn da los? Jetzt könnte ich natürlich sagen, das hat nicht mir gehört, das gehört meiner Frau, aber so einfach mache ich es mir an der Stelle nicht. Es ist de facto wirklich so ein Multifunktionsgerät und auch wenn ich keine schwäbischen Wurzeln habe, das Ding hat wunderbar funktioniert und tut auch heute noch seinen Zweck als Kopierer, wenn man mal schnell eine oder zwei Seiten kopiert. Und wenn ich das Faxgerät umgedreht hätte, hätte man festgestellt, dass es gar nicht ans Netz angeschlossen ist. Glück gehabt, das lassen wir als Ausrede durchgehen, aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal mit so einer kleinen Lockerungsübung starten, um zu testen, wie digital Ihr Alltag wirklich ist. Ich beginne einen Satz und Sie vollenden ihn kurz und knapp und erklären, in welchem Lager, wie digital Sie da sind. Die Nachrichtenlage verfolgen Sie? Ausschließlich über das Smartphone. Bücher lesen Sie? Ganz ehrlich, im Augenblick fast gar keine Zeit. Strategiepapiere für die Vorstandssitzung verfassen Sie? Ausschließlich digital. Und Sie lesen Sie? Dann auch digital. Also das macht ja keinen Sinn, etwas einmal Digitales, dann wird dazu analogisieren und auszudrucken. Wobei hier und da, wenn es um Reden oder längere Texte geht, aber das bleibt ja unter uns, dann habe ich auch schon mal ein paar Blatt Papier auf dem Schreibtisch. Den Einkauf im Supermarkt erledigen Sie? Ganz selten. Selber. Ihr Flugticket besorgen Sie sich? Also das ist seit Jahren auf dem Handy. Das ist absolut durchgehend digital elektronisch. Und Lob an die Kollegen erteilen Sie? Am liebsten persönlich, wenn gleich natürlich bei über 8000 Mitarbeitenden das so nicht immer geht. Deshalb haben wir jetzt auch verschiedene digitale Formate. Das ist halt eine Eins-zu-End-Kommunikation. Aber ich glaube, da hilft uns die Digitalisierung und auch die virtuellen Formate, um einfach die Kolleginnen und Kollegen auch persönlich zu adressieren. Ist das dann eine E-Mail oder es gibt ja beispielsweise in diesen ganzen Tools, Teams, Slack und so weiter, gibt es ja auch diese digitalen Orden, die man da verleihen kann. Machen Sie sowas auch? Oder was meinen Sie damit? Also digitale Orden habe ich ehrlich gesagt noch keine verliehen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, weil da muss man sich nicht irgendwo hinhängen. Nein, also wir haben da ein paar Formate ins Leben gerufen, die sich natürlich insbesondere während der Pandemiezeit auch nochmal deutlich stärker etabliert haben. Ein Beispiel ist ein Format, das heißt wirklich so Mensch, Meier, man muss auch mal, wenn man so einen Sammelbegriff als Namen hat, kann man das auch wunderbar für so eine Analogie nehmen. Das ist ein Videoformat, wo wir in unregelmäßigen Abständen, wenn es zum Beispiel thematisch passt, so ähnlich wie wir beide es gerade machen, so Frage, Antwort. Und das wird dann bei uns im Intranet für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Es gibt zum Beispiel auch regelmäßig ein Weihnachtsvideo, wenn gleich mit den Kollegen und Kollegen gespiegelt haben, dass sie eigentlich mehr aufs Ende warten, wo die Outtakes kommen, weil das ist dann eher so die Weihnachtsüberraschung. Verstehe. Ja, Sie haben es angesprochen, die Pandemie hat dann natürlich viel in unser aller Leben verändert und es gibt ja diesen Witz, wer treibt die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen voran? Der CEO, der CTO oder Covid-19? Ich frage mich dann immer, stimmt das wirklich? Hat die Corona-Pandemie in Deutschland einen Digitalisierungsschub gebracht oder hat sie eigentlich nur dafür gesorgt, dass wir jetzt alle Zoom-Teamsen und Slacken? Also die Frage kann man wahrscheinlich mehrdimensional beantworten. Um es mir einfach zu machen, würde ich sagen, ja, definitiv. Das ist auch eine der zentralen Botschaften, dass die Corona-Pandemie wirklich als Digitalisierungskatalysator fungiert hat, weil es einfach nicht mehr anders ging. Aber wenn Sie natürlich jetzt die Formate ansprechen, diese Videokonferenz-Formate, das ist ja nur die Vordergründige, die sichtbare Digitalisierung. Aber Digitalisierung geht natürlich viel, viel tiefer und insbesondere die kaufmännischen Prozesse haben sich auch in den letzten Jahren deutlich digitaler aufgestellt. Es überrascht mich, dass Sie, vielleicht einfach, weil Sie ein Optimist sind, dass Sie da so zuversichtlich drauf schauen, weil ich habe so ein bisschen die Umfragen, die Sie auch bei der Dativ durchgeführt haben, durchgescannt. Und im vergangenen Sommer beispielsweise haben Sie auch eine Umfrage unter Ihren Kunden gemacht und dabei festgestellt, dass neue Digitalisierungsprojekte eigentlich nur zögerlich angegangen werden und sogar verschoben, weil viele Unternehmen, klar, kommen aus einem sehr, sehr anstrengenden Jahr und viele kleinere Unternehmen natürlich viel anderes um die Ohren hatten. Das ist richtig, aber ich glaube, das Wichtige auch bei Umfragen ist, dass man vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Es ist de facto so, dass insbesondere im Bereich der Steuerberatungskanzleien viele Digitalisierungsprojekte von der Priorisierung ein Stück weit nach unten gerutscht sind. Das hat aber nichts damit zu tun, das ist mir auch wichtig an der Stelle zu betonen, dass die Digitalisierung nicht mehr so im Fokus steht, sondern wenn man sich einfach auch mal so ein bisschen noch mal vor Augen ruft, was die letzten drei Jahre war. Wir haben eine Pandemie gehabt, die Steuerkanzleien, die Steuerberaterinnen und Steuerberater wirklich teilweise an den Rand, vielleicht sogar teilweise ein Stück drüber hinaus der Belastbarkeit gebracht haben. Weil es so viele Sonderregelungen plötzlich zu erklären, zu bearbeiten gab, oder? Korrekt. Ich meine, ich kann da einfach zwei, drei Beispiele nennen. Das Thema Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld, Umsatzsteuersätze wurden verändert, die ganzen Fördermittelthemen, die aufgerufen wurden. Und da muss ich sagen, und da möchte ich auch wirklich eine Lanze für meinen Berufsstand brechen. Ich bin ja selber Steuerberater. Der Mandant steht im Fokus und den galt es in der Pandemie prior zu bedienen, zu unterstützen, zu beraten. Und da waren natürlich, insbesondere bei kleinen Kanzleien, sind die Ressourcen fokussiert auf das Kundengeschäft, auf den Mandanten. Und dann war natürlich das Thema Digitalisierung, man hat einfach keine Zeit mehr oder keine Ressourcen gehabt. Das hat dazu geführt, dass das ein Stück weit nachgelassen hat. Wobei das natürlich so ein bisschen tückisch ist. Je länger man, weil Digitalisierung soll uns ja helfen, Prozesse effizienter zu machen, den Kopf wieder frei zu haben für wichtige strategische Entscheidungen. Und je länger wir das dann von uns herschieben, desto schwerer tun wir uns dann eben auch, diese Prozesse so zu verschlanken, dass wir die viele Arbeit bewältigt bekommen. Ja, da gibt es ja so eine nette Analogie. Ich habe keine Zeit zum Axtschärfen, ich muss Bäume fällen. Die passt vielleicht ein Stück weit in das Thema, was wir gerade besprechen, rein. Das ist natürlich jetzt immer so ein Trade-off zwischen, auf der einen Seite, wie ich es gesagt habe, die Mandanten zu bedienen, zu beraten, zu unterstützen. Da gab es ja teilweise existenzielle Probleme, insbesondere im deutschen Mittelstand. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ist Digitalisierung natürlich ein Hebel, wenn nicht sogar der Hebel, um Effizienz zu erzeugen, um Prozesse schlanker zu machen, schneller zu machen. Und mein Appell an der Stelle, ich weiß es vielleicht dem einen oder anderen, der kann es nicht mehr hören, der sage, trotz diesen Herausforderungen, bitte das Thema Digitalisierung nicht hinten runterfallen lassen. Es ist essentiell. Jetzt sind die, wir hoffen es zumindest, die Corona-Hilfen weitestgehend überstanden, so wie die Pandemie auch. Aber es gibt ein neues, aufreger Thema, was viele Steuerberater in den vergangenen Wochen umgetrieben hat und natürlich auch sehr, sehr viele Bürger. Die Grundsteuererklärung. Kurz zur Erklärung nochmal. Die Grundsteuer, die der Staat derzeit erhebt, basiert auf veralteten Daten, weshalb das Bundesverfassungsgericht die Regierung 2018 aufgefordert hat, sie neu zu berechnen. Betrifft etwa 35 Millionen Immobilien. Und so hat nun der Staat seinerseits die Eigentümer aufgefordert, ihm diese Daten mitzuteilen, genauer gesagt in ein Internetportal einzugeben. Es geht um Bodenrichtwerte, Flur- und Gemarkungsbezeichnungen, Grundstücksgrößen, Nutzungsarten, allesamt Daten, die die Katasterämter, Einwohnermeldeämter, Baubehörden eigentlich haben. Deswegen die Frage an Sie, Herr Mayer, ist es nicht frech, dass der Staat diese Arbeit von seinen Bürgern erledigen lässt, weil er selber es verpennt hat, mit der Digitalisierung Schritt zu halten? Also da sprechen Sie natürlich jetzt einen wunden Punkt an und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, die da zuhören, sich fragen, was kommt da jetzt vom Kollegen Mayer? Ich möchte jetzt nicht in der Analogie frech bleiben, aber es soll schon ein Stück weit frustrieren, wenn man weiß, dass wenn Prozesse schon früher digitalisiert worden wären und wir haben ja auch ein Registermodernisierungsgesetz, was aus meiner Sicht vielleicht ein Stückchen schneller vorankommen könnte, dann wäre das ähnlich wie bei der vorausgefüllten Steuererklärung natürlich ein Stück weit einfacher gewesen. Man sieht ja auch, wenn man die Abgaben sich im Augenblick ansieht, trotz Fristverlängerung Ende Januar, wir sind gerade mal gut bei der Hälfte und was im Augenblick, Sie sprachen vorhin von einem Aufreger, im Berufsstand vorsichtig ausgedrückt auch nicht zur Begeisterung führt, der Staat selber kommt mit seinen Grunderklärungen auch nicht hinterher. Genau, das heißt, dass er die Frist für seine eigenen Immobilien um acht Monate reißt. Ja, und ich glaube, da kann man nachvollziehen, wenn das natürlich vorsichtig ausgedrückt schon zu Unverständnis führt. Das deute ich jetzt mal als eine diplomatische Antwort auf meine Frage, ob es frech ist. Viele haben ja auch beklagt, viele Bürger, Immobilienbesitzer, dass es unheimlich kompliziert ist, dieses Tool. Warum schafft es der Staat nicht, mit seinen Bürgern so zu kommunizieren, dass sie ihn auch verstehen? Es ist natürlich jetzt eine Frage, was Sie mit dem Tool meinen. Es gibt ja die Möglichkeit, das Software technisch zu erfassen, erfassen, so heißt es richtig, und auf der anderen Seite auch das Tool, was Sie gerade ansprechen, zu verwenden. Ich glaube, man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle Themen noch deutlich verschlanken, vereinfachen, aber ich glaube, Trivalisieren funktioniert auch nicht. Es ist halt dann doch eine sehr komplexe Materie. Es gibt einfache Fälle, die man möglicherweise gar nicht so herausfordernd sieht, aber es gibt natürlich dann, wenn man sich die Immobilien ansieht, insbesondere große Immobilienkomplexe, wo man auch die Miteigentumsanteile und die Flächen und die ganzen Themen neu erfassen muss und zusammentragen muss. Also ich glaube, da gibt es eine sehr große Bandbreite. Ein Tool, ein technisches Tool, was viele Leute zuletzt in den Bann gezogen hat, ist ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, mit der man sich intuitiv unterhalten kann. Haben Sie damit auch schon mal ein bisschen rumgespielt? Ja, um offen zu sein, das ist natürlich ein Thema, was wir natürlich aus strategischer Sicht uns sehr, sehr genau ansehen. Und es ist erstaunlich, wie die Fragen, das ist ja quasi eine Eingabe, die Sie in der Normalsprachlichkeit vornehmen. Genau, wie so ein Chat eigentlich. Daher kommt ja auch der Name, was dann an Qualität, an Antworten zurückkommt. Allerdings, und das muss man natürlich auch sehen, wenn es dann wirklich in fachliche Tiefen geht, da sind dann, glaube ich, immer noch Grenzen des Tools, die man erkennt. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, da ist jeder gut beraten, der sich mit IT beschäftigt, ist es eine hochspannende Entwicklung, die es zu beobachten gilt. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich habe nämlich im Vorfeld auch versucht, mir bei der Vorbereitung dieses Gesprächs mal ein bisschen von Chat-GPT helfen zu lassen. Und was diese KI über die Daten fuhrst du, das war noch ganz hilfreich. Aber die Antwort auf meine Frage, und was weißt du über Robert Mayer, die war zwar grammatikalisch einwandfrei, aber hat mich inhaltlich dann doch eher enttäuscht. Ich zitiere mal, ich kann keine Informationen über Robert Mayer bereitstellen, da ich keinen Zugriff auf aktuelle Daten habe und mein Wissensstand im Jahr 2021 endet. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass Robert Mayer im Jahr 2021 der Vorstandsvorsitzende von DATEV war. Es ist möglich, dass er weiterhin in dieser Position tätig ist, aber ich habe keine Möglichkeit, dies zu bestätigen. Zitat Ende. Liegt es nun daran, dass Sie, Herr Mayer, im Netz ein vergleichsweise unbekannter sind oder dass die KI so dumm ist? Weder noch, und das ist jetzt keine diplomatische Antwort, sondern ich glaube, das hängt sicherlich auch damit zusammen, auf welche Daten diese KI Zugriff hat. Ich glaube, sie ist weder dumm, ich glaube, das hat ja die erste Frage zu dem Thema aufgezeigt und das erkennen wir, das erkenne ich auch und das ist wirklich teilweise verblüffend. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, dass im Netz keine Fundstellen über mich sind. Also ich finde es ja immer ganz witzig, Sie haben es ja eingangs mit dem Faxgerät aufgezeigt. Da war ich dann schon ein Stück weit überrascht. Das stimmt, wo Sie die Informationen herhaben. Und Sie sehen also, das Internet hält dann doch an der einen oder anderen Stelle noch ganz interessante Fundstellen bereit. Ich muss eine Lanze brechen jetzt hier, dass in manchen Fällen eben doch noch die Journalisten der KI überlegen sind. Das habe ich tatsächlich in der Zeitung gelesen, bei den Kollegen von der FAZ. Ehre, wem Ehre gebührt. Oldschool. Ganz oldschool, genau. Und eine Sache, die ChatGPT, die künstliche Intelligenz, eben auch nicht über sie wusste, war, ich hatte es in der Einleitung gesagt, nach Ihrem Studium der Betriebswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in ihrer Heimatstadt München, man hört es ja auch an dem rollenden R, wo Sie groß geworden sind, haben Sie Ihre berufliche Karriere als Referent der Treuhandanstalt in Berlin begonnen. Und seit 1991 bis 1992 war das. Ich rufe nochmal kurz in Erinnerung. Die Aufgabe der Treuhand war damals die Privatisierung des volkseigenen Vermögens der DDR. Am 1. Juli 1990 waren der Treuhand etwa 8500 Betriebe unterstellt, in denen mehr als vier Millionen Menschen arbeiteten. Und das war nicht nur ein riesiges Projekt, sondern auch eins, was die Gesellschaft polarisierte. Ich glaube, das erschütterndste Zeichen dafür war, dass der Chef der Treuhand, Dietlf Rohwerder, am 1. April 1991 mutmaßlich von RAF-Terroristen ermordet wurde. Die CDU-Politikerin Birgit Breuel hat dann wenig später die Präsidentschaft der Anstalt übernommen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, frisch von dem Studium, vom beschaulichen München, in das Berlin mitten im Umbruch auszuziehen? Also ganz ehrlich, war eher im Zufall geschuldet. Ich habe die Treuhandanstalt damals in der Bewerbungsphase, ich war, wie Sie es gerade gesagt haben, frisch mit dem Examen fertig, habe die Treuhandanstalt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe Bankbetriebswirtschaftslehre studiert und hatte eigentlich schon einen Trainee-Vertrag in der Tasche. Und eigentlich war die Karriere in der Bank schon vorgezeichnet. Und da lief am Abend im Fernsehen, ich glaube, das war Tagesschau, ein Bericht über die Treuhandanstalt. Und mein Vater rief mir dann so, Mensch, das ist ja ganz interessant, hast du dich da auch beworben? Da habe ich gesagt, nee, ach, ich mache doch einfach mal. Und dann habe ich da noch eine Bewerbung hingeschrieben. Und ja, ich glaube, der Rest ist dann Geschichte. Ich fand es wirklich so spannend, so herausfordernd. Und ich glaube, das war allen damals bewusst, die sich nur ein bisschen damit beschäftigt haben. Das ist einfach eine historische Angelegenheit, eine historische Herausforderung. Und da wollte ich einfach dabei sein. Und so hat es mich nach Berlin verschlagen. Und war das ein Kulturschock? Ich würde jetzt nicht sagen Kulturschock, aber ich behaupte mal, dass ich in diesen zwei Jahren, wo ich als Referent bei der Treuhandanstalt gearbeitet habe, wahrscheinlich für zehn Jahre gelernt habe. Weil die Dynamik, die Geschwindigkeit, mit der sich da Dinge entwickelt haben, die war extrem beeindruckend. Was haben Sie denn da so erlebt? Oder was haben Sie vielleicht an Erlebnissen, persönlichen Begegnungen, Beobachtungen mitgenommen aus dieser Zeit? Also, ich könnte jetzt, ich glaube, eine ganze Litanei an Beispielen machen. Aber was mir persönlich wirklich in Erinnerung geblieben ist, und das ist vielleicht jetzt weniger die wirtschaftliche Komponente der Treuhandanstalt, sondern es war ein Moment auch eines persönlichen Schicksals, weil wir hatten dann eines Morgens eine junge Mutter bei uns im Büro. Die wurde zu unserer Abteilung geschickt, weil wir in dem Bereich offensichtlich genau für die Privatisierung verantwortlich waren. Die kam aus dem, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie das damals hieß, aber aus dem Mutterschaftsurlaub zurück. Und die Firma war zu. Und die war an der Stelle verzweifelt, weil sie nicht mehr wusste, wohin und in welche Richtung es geht. Und da haben wir, ich würde mal sagen, ohne jetzt in irgendeiner Form da jetzt irgendwelche Regeln oder Paragraphen in den Fokus zu stellen, einfach geschaut, wie kann man der helfen, wo kann man da was tun, um die zu unterstützen. Das ist zum Beispiel ein menschliches Momentum, was mir wirklich sehr gut in Erinnerung geblieben ist, auch heute noch, nach einigen Jahrzehnten. Das öffentliche Bild war ja teilweise gerade dann in den späteren Jahren etwas anderes. Ich habe es gesagt, die Treuhand war sehr umstritten und manche haben eben der Behörde auch vorgeworfen, dass westdeutsche Unternehmen die Abwicklung der ostdeutschen Betriebe nutzen, um potenzielle Konkurrenten auszupassen. Was zu schlachten, wie haben Sie das damals wahrgenommen oder wie bewerten Sie das auch heute aus der Distanz? Also jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ich damals als Berufseinsteiger vielleicht auch nicht den tiefen Einblick bekommen habe, den Sie gerade zitieren und aufrufen. Was mir persönlich aufgefallen ist, es gab ja auch das Primat der schnellen Privatisierung, um auch wirklich hier schnell nach vorne zu kommen. Das war, glaube ich, sogar in den Statuten, in den gesetzlichen Rahmenbedingungen dort so festgelegt. Und das war dann wahrscheinlich auch, so beurteile ich das jetzt rückblickend, nach, glaube ich, sind es über drei Jahrzehnte, war wahrscheinlich auch immer so ein bisschen der Balanceakt. Auf der einen Seite die Schnelligkeit der Privatisierung, Auf der anderen Seite ging es natürlich auch, ich sage mal, Leitplanken, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und was man feststellen konnte, und das konnte man auch wirklich messen, dass die Standardisierung im Bereich der Privatisierungsvorgänge bei der Treuhandanstalt auch oder wahrscheinlich wegen dieser Kritik, die Sie gerade beschrieben und zitiert haben, deutlich zugenommen hat. Das konnte man dann auch an den Unterschriften, an den Prozessschritten der Privatisierungsvorlagen messen und feststellen. Das war halt auch ein, ich sage mal, Entwicklungs- und Lernprozess in der damaligen Zeit. Es gibt ja nur wenige Fälle, in denen ostdeutsche Mitarbeiter auch in einer Art von Management-Buyout eigentlich den Zuschlag zur Sanierung und aber auch zur Fortführung ihres Unternehmens erhalten haben. Glauben Sie, dass es auch ein Grund ist für das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Ost und West mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung? Also da würde ich mich jetzt rein spekulativ äußern dazu. Also ich habe damals schon wahrgenommen, dass es auch doch einige Manager aus den ehemaligen volkseigenen Kombinaten gab, die sich in die Marktwirtschaft getraut haben und dort auch Management-Buyout mit unternommen haben. Es gab ja auch das Management-Buyin, wo sich dann das Management in das Unternehmen mit integriert hat, wo die zum Beispiel auch gesagt haben, wir beteiligen uns dran. Aber da muss ich sagen, da fehlen mir jetzt nach über 30 Jahren wahrscheinlich die statistischen Details. Sie wechselten dann auch von Berlin zurück nach München. Es folgten zwei Jahre als Lehrbeauftragte an der LMU München 1994 die Promotion. Sie haben dann acht Jahre bei der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Deloitte gearbeitet. Dann kann man nochmal neun Jahre als geschäftsführender Gesellschafter bei einer Münchner Revisions-GmbH dazu. Im April 2011 sind Sie dann zur DATEV gekommen, zunächst als Mitglied des Vorstands. Ab 2014 wurden Sie dann als Vize-Chef zwei Jahre lang gezielt als CEO aufgebaut. Da tut man sich als Chef dann schon ein bisschen leichter, als wenn man so völlig von außen direkt an die Spitze eingeschwebt kommt, oder? Ja, also ich glaube, das Onboarding, ich greife jetzt einfach mal den Begriff auf, das war wichtig aus verschiedenen Gründen. Ich nenne mal einfach nur zwei. Das Geschäftsmodell der DATEV hat extrem viele Facetten, ist sehr, sehr komplex. Also es ist ja nicht nur ein Produkt, wir haben ein Portfolio, das aus über 250 verschiedenen Produkten besteht, auch verschiedene Geschäftsfelder, die wir bedienen und in den letzten Jahrzehnten natürlich auch stetig ausgebaut wurde. Auf der anderen Seite ist es meine persönliche Überzeugung, dass es auch wichtig ist, ein Unternehmen, ich bin ja nur der, oder nur, ich bin ja erst, so muss es heißen, der dritte Vorstandsvorsitzende in 57 Jahren Unternehmensgeschichte. Da ist es aus meiner Sicht auch angezeigt, sich mit der Kultur eines Unternehmens auseinanderzusetzen und die auch zu verstehen und zu verinnerlichen. Apropos Kultur, Sie haben dann als Nummer eins erstmal die Krawattenpflicht abgeschafft. Das ist ja dann schon ein gewisser Kulturbruch. War die DATEV davor dann wirklich so ein traditioneller Laden? Also es ist natürlich immer die Frage, wo kommt man her? Also ich würde das persönlich jetzt nicht im Rahmen eines Traditionsindex festmachen und den haben wir auch nicht, aber die DATEV hat sich in den letzten Jahrzehnten auch entwickelt. Von einem Unternehmen, Sie haben jetzt die Begrifflichkeit Tradition aufgeführt, das hat für mich ja nicht unbedingt eine Wertung, schlecht oder gut, sondern das ist für mich auch ein Prozess. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich auch ein Stück weit immer weiterentwickelt, weiter verändert. Und das mit der Krawattenpflicht, das war sicherlich von mir auch ganz bewusst ein Signal, das ich setzen wollte, dass wir uns an der Stelle auch verändern. Und wir haben natürlich auch einige Kulturprozesse angestoßen. Ich würde mal sagen, die Krawatte ist ein Symbol und sagen wir mal ganz ehrlich, nur die Krawatte runterzutun, genügt ja nicht. Sie müssen dann schon ein Stück weit auch auf der empathischen Ebene das, was Sie mit der Krawatte zum Ausdruck wollen, auch wirklich umsetzen, damit es auch authentisch im Unternehmen verstanden wird. Absolut. Was ich mich da tatsächlich dann auch frage, bei der Entwicklung eines Unternehmens geht es ja letztlich auch immer um die Frage, wie überzeuge ich die anderen? Wie überzeuge ich auch gerade diejenigen, die vielleicht zögerlich, zurückhaltend, ängstlich sind oder die vielleicht auch eine Entwicklung boykottieren? Also wie geht man da vor? Wie gehen Sie da vor? Ich mache es mal mit einem oder mit wenigen Begriffen, mit Geduld. Ich war davon überzeugt und bin davon überzeugt, dass die Brechstange an der Stelle mit Sicherheit das falsche Werkzeug bitte bildlich zu verstehen gewesen wäre. Und es ist sicherlich auch nicht damit getan, dass man sich als CEO vor seine Mannschaft stellt, in welcher Form auch immer, ob man das per Videos macht oder live vor Management und einfach jetzt eine neue Zeitrechnung verkündet. Aus meiner Sicht ist es essentiell, so ein Kulturveränderungs- und jetzt kommt das wichtige Wort-Prozess dauerhaft zu begleiten und auch immer wieder das Gespräch zuzulassen, aber auch auf Bedenken und vielleicht auch Sorgen einzugehen, die aus Sicht des Managements, aus Sicht der Mitarbeitenden bestehen. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Prozess jemals abgeschlossen ist. Ein Unternehmen muss sich dauerhaft verändern. Deshalb glaube ich, dass ein Kulturwandel etwas ist, was ein Unternehmen vom ersten Tag durchmacht. Und wie gesagt, da gibt es für mich auch keinen Abschluss und das ist ein laufender Prozess. Muss man denn als Manager auch damit leben, dass man nicht alle überzeugen kann? Immer? Ja. Und wo liegt da die Grenze? Also wenn man jetzt 99 Prozent nicht überzeugen kann der Belegschaft, hat man ein Problem. Aber bei 5 Prozent geht es vielleicht. Also ich glaube, da eine Grenze festzumachen im Prozentsetzen ist wenig zielführend, weil ich glaube, es lässt sich nicht sauber ausdifferenzieren. Weil es gibt mit Sicherheit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, du pass mal auf, ich bin jetzt hier seit 40 Jahren, ich mache jetzt noch 5 Jahre. Sei mir nicht böse. Die 5 Jahre jetzt nochmal vollkommen neu, mich zu strukturieren, zu orientieren, das fällt mir schwer. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist an der Stelle vielleicht auch das Geheimrezept, ein wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus und die Bedenken und vielleicht auch die Sorgen nicht einfach wegzuwischen und versuchen auszureden, sondern einfach auch ein Stück weit Verständnis zu haben. Und dann bin ich davon überzeugt, und das ist auch eine ganz normale Gausche, Normalverteilung, die Sie an der Stelle sehen. Es gibt welche, denen kann es nicht schnell genug gehen. Es gibt welche, die sagen, das passt, da mache ich mit. Und es gibt mit Sicherheit auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja, also so ganz überzeugt bin ich nicht. Sie dürfen sich halt dem Prozess nicht im Weg stellen. Also ich glaube, da muss man als Manager, das ist auch eine Führungsaufgabe, eine Führungsherausforderung, dann schon ein bisschen, ich sage mal, sensibel sein, um das auch zu erspüren. Apropos Geduld, ich sagte es eingangs, die DATEV ist ja eine Genossenschaft und Sie haben die Einführung einer Online-Plattform vorangetrieben bei der DATEV, auf der Otto Normalsteuerzahler, so sage ich es mal, seine Erklärung fürs Finanzamt auch anfertigen kann und sich bei Bedarf mit den Steuerberatern verbinden kann. Und das war ein Projekt, was unter den 40.000, etwas über 40.000 DATEV-Genossenschaftlern durchaus umstritten war, weil manche in einem Produkt für den Privatkunden eben auch das eigene Geschäft gefährdet sahen. Und Sie haben dann auch erst im zweiten Anlauf es geschafft, dafür die nötige Satzungsänderung durchzubringen. Also vielleicht nochmal mit Blick auf dieses sehr, sehr konkrete Beispiel. Wie sind Sie da mit Widerständen umgegangen? Wie haben Sie die Geduld bewahrt, die Sie ja eben auch mit Blick auf die Mitarbeiter angesprochen haben? Ja, wie haben Sie da letztlich überzeugt? Mit ganz viel Geduld, wie Sie es gerade auch schon angerissen haben. Also wir haben in dem Jahr, wo auch dieses Thema zur Diskussion stand, haben wir auch eine Satzungstour gemacht. Wir sind zu den Mitgliedern, zu den Vertretern gefahren und haben uns den Fragen, den Sorgen und auch den Bedenken an der Stelle gestellt und haben einfach auch versucht, die Motivation, die uns dazu getrieben hat, also das ist eine Sache, von der ich zutiefst überzeugt war zu dem damaligen Zeitpunkt, dass sie richtig war und ich bin heute davon überzeugt, dass es richtig ist. Wir können ja dann vielleicht noch, wenn sich die Zeit noch ergibt, vielleicht auch noch ein bisschen die Motivation begründen. Aber ich glaube, an der Stelle war es einfach wichtig, offen, transparent, auch auf die Sorgen und die Bedenken einzugehen. Und das hat aber auch seine Zeit gedauert. Auch da ging die Brechstange nicht als Instrument. Ja, das digitale Geschäftsmodell, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber ich fasse zusammen, so haben Sie es auch schon mal selber gesagt, Sie sind kein Command-and-Control-Typ. Geduld ist die oberste Maxime. Und jetzt wechseln wir mal weg von den Genossenschaften hin wieder zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Dazu gehört auch, dass Sie einmal im Monat zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zum Pizzaessen einladen. Wie kommt man denn zu so einer Einladung? Das ist gar nicht so schwer. Also da kann jeder bei uns in der Dativ sich übers Intranet anmelden. Da haben wir eine Plattform, da wird das dann auch entsprechend aufgezeigt und ich sage jetzt mal beworben, wann es wieder so einen Termin gibt. Und da kann man sich eintragen, anmelden und da gibt es auch keine Priorisierungen. Da gibt es auch, ich sage mal, first come, first serve. Und was sind so die vielleicht schönsten oder vielleicht auch überraschendsten Erlebnisse, die Sie aus dieser Pizza-Connection so mitgenommen haben? Also was mich persönlich dann immer wieder wirklich begeistert, auch im Nachgang zu solchen Meet & Eat, so heißt das Format, ist dann die Offenheit, mit der die Kolleginnen und Kollegen dann auch Themen ansprechen. Und das ist für mich eigentlich das größte Kompliment, dass man als Führungskraft, als Topmanager bekommen kann, wenn die Menschen, für die man auf der einen Seite natürlich Verantwortung hat, die aber auf der anderen Seite natürlich auch sicherlich ihre Bedenken, ihre Sorgen, ihre Fragen haben, wenn die die offen adressieren. Und das ist ein Thema, was ich unter der Rubrik Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen ansiedle. Und das ist eine Sache, die mir persönlich dann auch wirklich sehr viel Rückkopplung, positive Rückkopplung gibt. Und das merken Sie einfach, wenn Sie da so zwei Stunden beim Mittagessen zusammensitzen, welche Fragen kommen. Und es werden auch mal kritische Themen angesprochen werden. Dann freut mich das, dass wir in Hause Dativ eine Kultur des Vertrauens haben, solche Themen überhaupt offen dem CEO gegenüber zu adressieren. Das finde ich gut. Dann kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Thema, was wir eben kurz angerissen haben, zu dieser Online-Plattform, die sich eben erstmals an, oder ein Produkt, was sich erstmals an Privatkunden gewendet hat. Gab es denn da beispielsweise unter den Mitarbeitern Verständnis für? Haben die vielleicht anders als die Gesundheitswissenschaftler verstanden, was die strategische Notwendigkeit oder Überlegung dahinter ist? Also wir haben es intern genauso erklärt und transportiert, wie wir das auch nach außen getan haben. Weil die Botschaft oder ich sage mal, die strategischen Implikationen sind ja die gleichen, ob sie es jetzt der Mannschaft erklären oder ob sie es den Mitgliedern, also den Eigentümern der Dativ erklären. Ja, aber es hat natürlich für beide Seiten eventuell unterschiedliche Auswirkungen. Ja, natürlich. Das Mitglied sieht es als potenzielle Bedrohung und deshalb haben wir einfach auch die strategische Implikation, die dahinter stand, sehr offen auch erklärt und ausgeführt und das kann man in wenigen Sätzen und das ist wichtig, dass man seine Strategie nicht in epischer Breite, in aller Tiefe erläutern muss, um dass sie verstanden wird, sondern dass man das in wenigen Sätzen auch machen kann. Dann ist es nämlich gut. Und zwar haben wir gesagt, es gibt diese Plattformökonomie, die wir ja in verschiedenen anderen Stellen auch sehen, ob das jetzt Buchungsplattformen im Hotelbereich sind, im Internet oder ob das Immobilienportale sind. Und diese Plattformen, die schieben sich ein Stück weit zwischen Kunde und Dienstleister. Und das war so die grundlegende Motivation zu sagen, wenn es eine Plattform gibt, die sich hier zwischen den Steuerberater und potenzielle Mandanten schiebt, dann ist es ein potenziell strategisches Risiko für die Zukunft im Bereich der Mandatsgewinnung. Und das war die grundlegende strategische Implikation, der es zu begegnen galt. Wir haben gesagt, wir bauen als Date für unsere Mitglieder so eine Plattform, dass wir sagen, die einfachen Steuererklärungen, die nicht Beratenden, also die noch keinen Steuerberater haben, die können über so eine Plattform ihre Einkommensdeklaration durchführen. Und wenn es komplizierter wird, dann haben wir einen Klick entfernt, einen Steuerberater, den sie dann zur Rate ziehen können und zwar natürlich dann einen aus der Genossenschaft. Das war jetzt die grundlegende strategische Gedankenstruktur dahinter. Und das Problem dieser Plattformökonomie, die Sie ja gerade am Beispielbeziehung Steuerberater, Bürger oder Unternehmen, was Sie Steuern zahlen muss, beschrieben haben. Das Problem dieser Plattformökonomie ist ja leider, dass viele dieser großen Plattformen keine deutschen, keine europäischen Unternehmen sind, sondern amerikanische Unternehmen. Jetzt erwähnte ich auch eingangs, dass die Dataf ja letztlich so ein Pionier des Cloud Computings ist, weil es eben dieses eigene Rechenzentrum, das war so der Startpunkt des Unternehmens und Sie haben auch nach wie vor eigene Rechenzentren. Haben Sie jemals daran gedacht oder überlegt? Waren Sie versucht, da eben doch vielleicht mit US-Anbietern zusammenzuarbeiten und das von Amazon Web Service hosten zu lassen? Also was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Ansatz unserer Geschäftstätigkeit ist und da kann ich Ihnen uneingeschränkt recht geben, wir haben unsere Rechenzentren hier in Nürnberg und es gibt auch keine Gedanken da in irgendeiner Form was daran zu ändern. Also wir haben die Daten hier bei uns in Franken. Und wenn Sie nochmal eine Stufe, also wenn Sie über die Daten hinaus denken und vielleicht eher so als Branchenbeobachter, kann sich das jedes Unternehmen wirklich leisten, jedes Deutsche, diese eigene Infrastruktur, diese digitale Souveränität letztlich? Das ist jetzt eine Frage, wie man digitale Souveränität definiert. Die ist ja auch ein Stück weit auf der europäischen Ebene ein Schlaglicht, was im Augenblick diskutiert wird. Wir als Dativ, wir stellen ja so eine Art Ökosystem dar. Und das hat sich auch in den letzten Jahren bei uns doch deutlich verändert. Also das war auch ein Paradigmenwechsel bei uns in der Philosophie und auch in der Strategie. Wir haben mittlerweile ein Ökosystem, wir nennen das Marktplatz, wo wir mit über 250 Partnern zusammenarbeiten, weil wir auch erkannt haben, das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass man insbesondere in einem digitalen Umfeld nicht mehr alles alleine stemmen kann. Sie können nicht jeden Geschäftsprozess, sie können nicht jede Dienstleistung anbieten. Genau, das ist das Dilemma, ja gerade für kleinere Unternehmen. Und aus meiner Sicht ist es da eine ganz zentrale Ableitung zu sagen, lasst uns an der Stelle zusammenarbeiten, dass wir auch dieses Thema, diese Vorteile durch die digitale Transformation wirklich auch umfänglich ausnutzen. Das bedeutet ja in dem Augenblick, wo ich von einem zum anderen Unternehmen Schnittstellen nicht habe, dann plötzlich habe ich wieder einen analogen Prozess dazwischen. Also diese Seemingless-Digitalisierung, dass ich wirklich sage, die Daten laufen ohne Medienbruch zwischen Unternehmen in so einem Ökosystem, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor auch für die Zukunft, für einen Standort. Blicken wir mal auf eine andere Plattform, die auf alle Fälle mal sehr groß war in letzter Zeit. Genau, hat der eine oder andere da so Zweifel an der Bedeutung dieser digitalen Plattform Twitter. Sie sind noch auf Twitter. Vor einem Tag haben Sie Ihren jüngsten Tweet abgesetzt. Es war ein Aufruf zur Bewerbung als digitaler Champion, ein Wettbewerb, den Sie gemeinsam mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium ausloten. Warum haben Sie sich von Twitter noch nicht verabschiedet? Das ist jetzt, glaube ich, eine eigene Diskussion. Ich kann mir vorstellen, auf was Sie abstellen. Was ich im Augenblick bei Twitter feststelle, ohne ins Detail zu gehen, dass ich ein Stück weit schon eine Polarisierung in der Diskussion wahrnehme. Also da bin ich teilweise jetzt schon erstaunt auch über die Heftigkeit der Argumente, die dort ausgetauscht werden. Aber nachdem Sie sich hervorragend vorbereitet haben und mit Sicherheit nicht nur den einen Tweet gelesen haben, bei mir im Fokus auf Twitter steht eine Informationsweitergabe. Das sind die Themen, die den Berufsstand und diejenigen interessieren sollten, könnten, die sich mit Digitalisierung, digitaler Transformation beschäftigen. Und da bin ich natürlich ein Stück weit, was die Diskussion, auf die Sie möglicherweise abstellen, außen vor. Dann benenne ich jetzt den Elefanten im Raum. Das heißt, Elon Musk hat Sie noch nicht abgeschreckt. Ach, Gott erleb. Das ist jetzt so ein Thema. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, das habe ich auch ein Stück weit mit Interesse verfolgt, was da passiert. Aber nein, also Elon Musk hat mich noch nicht abgeschreckt, um direkt auf Ihre Frage zu antworten. Sonst wäre ich ja nicht mehr bei Twitter. Aber ich bin ja nicht bei Twitter wegen Elon Musk, sondern ich bin bei Twitter, weil ich glaube, es ist eine hervorragende Plattform immer noch, trotz der Verwerfung, die man vielleicht in der Diskussion feststellt. Aber das hat ja nichts mit der Plattform zu tun. Und das sind ja schwerpunktmäßig auch die Beiträge, die man dort zurzeit liest. Die Plattform selber, die Kommunikationsmöglichkeit, die man dort hat, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, diese Eins-zu-End-Kommunikation. Dieses Ziel, bin ich der Meinung, erfüllt sie immer noch hervorragend. Und solange ich da keine Zweifel bekomme, ob das Ziel, was ich mit Twitter verfolge, umzusetzen ist, habe ich im Augenblick auch noch keine Gedanken an einen Exit. Und Sie haben es gesagt, Sie twittern sehr viel zu dem, was Sie Dativ umtreibt, was Ihre Kundschaft, Ihre Geschäftspartner umtreibt. Unter anderem auch ein Foto vom jüngsten Dativ-Kongress, bei dem Sie dann mit den fantastischen Vieren zu sehen waren. Die waren ein Show-Act auf dem Dativ-Kongress. Was haben Sie ausgesucht? Ist das Ihre Musik? Jetzt wird es dünnes Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Sie haben mir eingangs schon gesagt, dass Sie mich als Gitarrist identifiziert haben. Also die haben eine sensationelle Show an dem Abend gemacht. Aber ausgesucht hat es tatsächlich mein Kollege, mein Freund, der Peter Krug, mein Stellvertreter, der in einem früheren Leben auch DJ war. Und dann habe ich gesagt, Peter, du bist, was das Thema anbetrifft, derjenige, auf den ich vertraue, was das Thema Musik anbetrifft. Ich selber, und jetzt, wenn wir schon dabei sind, ich bin jetzt eher so derjenige, der im Blues- und im Rockbereich unterwegs ist. Aber auch wirklich die alten Klassiker. Das ist so eher mein Musikgeschmack. Okay. Und genau, Sie haben es gesagt, Sie haben eine umfassende Gitarrenausbildung genossen, haben Sie ja von Ihrem ersten Geld eine E-Gitarre gekauft, die Sie immer noch Ihr eigen nennen. Und Ihre Ehefrau meint, Sie spielten, Zitat, ganz passabel. Über- oder untertreibt Sie? Also wenn Sie meine Ehefrau jetzt noch weiter befragen würden, aber das können Sie Gott sei Dank in dem Format nicht tun, würde Ihnen meine Frau sagen, Sie ist froh drüber, wenn ich nicht spiele oder E-Gitarre spiele, weil dann kann man nämlich das Ganze mit Kopfhörer machen. Das hat aber, glaube ich, diesen Effekt, den viele Außenstehende wahrnehmen, wenn man jemandem beim Üben zuhört. Weil am Ende kommt erst das Produkt, was sich dann gut anhört. Und der Weg dorthin ist dann teilweise, insbesondere für diejenigen, die zuhören müssen, dann vielleicht dann teilweise nicht ganz so erfreulich. Okay. Das heißt, zu welchen Gelegenheiten spielen Sie? Leider im Augenblick fast gar nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, meine eine Gitarre habe ich immer noch. Die ist mein kleines Heiligtum, weil es war wirklich von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft. Im Augenblick liegen die Gitarren und erst mal müsste ich sie wieder stimmen. Und da ist im Augenblick leider die Zeit nicht dazu. Schade, schade. Und ich habe auch das schon eingangs angedeutet, Sie reiten. Korrekt. Wie sind Sie denn aufs Pferd gekommen? Das ist schon fast klischeehaft. Das war vor über zehn Jahren, hat meine Frau und meine Tochter, die haben das Thema Reiten für sich entdeckt und haben sich dann auch wirklich da drin verbissen, nenne ich es jetzt mal. Also sie waren mit voller Leidenschaft und Begeisterung dabei. Dem konnte ich nicht ganz so folgen. und manchmal rutscht man halt dann auch unvorsichtigerweise ein Spruch raus. Und ich habe dann meiner Frau dann irgendwann mal beim Abendessen so, ja, wie gesagt, hat mir nichts dabei gedacht. Ich habe gesagt, das kann doch nicht so schwierig sein mit dem Reiten. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. In zwei Wochen kann man das doch lernen. Ja, und das war dann der, wie soll man sagen, der ungeplante Einstieg in den Reitsport. Weil meine Frau lässt sich sowas natürlich nicht zweimal sagen. Die hat dann den nächsten Urlaub ohne mein Wissen hervorragend geplant, indem sie mir in zwei Wochen jeden Tag eine Reitstunde organisiert hat. Okay, ganz in den Urlaub lang. Ja, selbstverständlich. Also sie hat gesagt, wer solche Sprüche raushaut, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Okay, und um auch das Detail noch auszuplaudern, Sie hatten ja ursprünglich auch eine Pferdehaarlergie. Das heißt, das war gar nicht so einfach, sich dazu behaupten. Ja, das ist natürlich das nächste Problem gewesen, wenn man natürlich auf der einen Seite Sprüche reißt und dann denkt, da muss man jetzt natürlich dann durch. Ich war wirklich beim ersten Mal auf dem Pferd droben gesessen, auf dem Schulpferd. Und ich habe noch fünf Minuten gesagt, holt es mich runter, Leute. Das geht schief. Was für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehbar war, weil ich bin mit Tieren aufgewachsen, dass ich da plötzlich, dass die Augen zugehen und ich keine Luft mehr kriege. Das war für mich dann also wirklich nett erwartbar. Aber ich habe dann so eine Art Desensibilisierung gemacht in den nächsten zwei Wochen. Und mittlerweile geht es. Das heißt, Sie reiten immer noch und Sie reiten gern? Ich reite immer noch. Und das ist für mich so eine Art, ja, eine Möglichkeit, wirklich abzuschalten, runterzukommen. Am Wochenende Pferd, Sattel drauf und dann einfach mal zwei Stunden reiten. Und wenn man zurückkommt, dann hat man entweder den Kopf leer oder hat man sich irgendwas Neues ausgedacht. Aber in der Regel ist der Kopf dann leer und man ist auch deutlich entspannter. Ja, auszuschalten. Ja, apropos ausschalten. Wir biegen in die Schlusskurve ein. Wie so viele andere Unternehmen versucht sich auch die DATEV jetzt an der neuen hybriden Arbeitswelt während der Pandemie, apropos abschalten, hatten Sie auch die ganze Palette von virtuellen Kaffeekränzchen, Weinabenden, virtuellen Yogastunden im Angebot. Wo waren Sie denn am häufigsten anzutreffen? Wir waren de facto nach dem ersten Lockdown, über 90 Prozent der Mitarbeitenden waren im Homeoffice, auch ich. Und wir haben dort auch ein Stück weit uns neu erfinden müssen, weil das ist natürlich für so ein tradiertes Unternehmen wie die DATEV war das schon auch in irgendeiner Form ein massiver Paradigmenwechsel, dass man das Miteinander, was ja über Jahrzehnte sehr analog war, plötzlich nur noch virtuell umsetzen konnte. Und da gab es, und Sie haben es ja schon angesprochen, teilweise virtuelle Kaffeestunden. Ich habe dann ein Format ins Leben gerufen, das hieß Wein und mehr, wo ich mit meinen Vertretern, also mit unseren Mitgliedern im Austausch war. Weil für mich stehen die Mitglieder der DATEV, die Genossen ist eine Genossenschaft, absolut im Fokus, weil wir, und das, glaube ich, zeichnet uns auch aus, immer ein sehr, sehr großes Interesse hatten und haben. Und das ist auch aus meiner Sicht vielleicht ein Erfolgskriterium des Unternehmens in einem sehr, sehr engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, also Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu sein. Und das wollte ich mir auch in der Pandemie nicht nehmen lassen. Und Sie hatten dann auch so eine App, in der die Kollegen, ich weiß nicht, ob die Genossenschaftler eventuell auch, aber die Kollegen auf alle Fälle, Kollegen und Kolleginnen Schnappschüsse posten konnten. Und seither weiß auch die DATEV-Belegschaft, dass sie nicht nur gern reiten, sondern auch vier Hunde haben. Korrekt. Und Sie haben mal erzählt, dass das eben, ja, eigentlich, wie Sie es eben beschrieben haben, ein sehr wichtiges gemeinschaftsstiftendes Instrument in der Pandemie war. Wird denn das jetzt noch gelebt? Also es ist mit den Schnappschüssen in der Form nicht mehr. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt einen neuen Sweetspot, einen neuen Mittelpunkt gefunden. Natürlich sind wir jetzt wieder deutlich stärker auch im Büro vertreten, aber was wir beibehalten haben, wir haben auch eine eigene Betriebsvereinbarung mit unseren Betriebspartnern. Und das muss ich an der Stelle auch mal sehr positiv in den Fokus stellen. Die Zusammenarbeit mit einem Betriebspartner war, glaube ich, nein, vergessen es, das glaube, war in diesen zwei Jahren Pandemie ein ganz, ganz wesentlicher Treiber, auch für den Erfolg, wenn wir eine Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten und die ermöglicht uns auch jetzt noch ein hybrides Arbeiten. Das heißt, das ist aber etwas, was sich auch nicht in irgendeiner Form in Prozenten messen lässt. Wenn Sie mich jetzt fragen, wer ist denn wie viel Prozent im Homeoffice und im Büro, da würde ich die Frage, die Sie ja noch nicht gestellt haben, ob ich beantworte sehr einfach, die hängt sicherlich von verschiedenen Faktoren ab. Und wichtig ist, dass sich da keine Dogmen in den Raum stellen, sondern das hängt von der Lebensphase ab, in der sich die Kolleginnen und Kollegen befinden, von der Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen zu erfinden haben, auch vielleicht von der Betriebszugehörigkeit. Wir haben zum Beispiel Mitarbeitende, die noch nicht lange im Unternehmen sind, da ist der persönliche analoge Austausch vielleicht wichtiger als bei Mitarbeitenden, die vielleicht schon 30, 40 Jahre dabei sind. Aber Sie sprechen ja einen wichtigen Punkt an. Das klingt so einfach, dieses Konzert. Also jeder darf seinen Bedürfnissen nachkommen. Ich denke dann manchmal so ein bisschen, in gewisser Weise war ja die Führung auf Distanz während der Pandemie fast noch einfacher, als alle zu Hause saßen, als jetzt dieses Orchester zu führen, zwischen dem, die viel im Homeoffice arbeiten möchten und denen, die oft reinkommen möchten. Wie schafft man das ganz konkret als Führungskraft, dieses Orchester richtig zu führen? Und die unterschiedlichen Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche da wirklich zusammenzuführen? Also da sprechen Sie aus meiner Sicht mit die größte Herausforderung an, die im Augenblick oder was heißt im Augenblick in den letzten Jahren das Management auch zu bewältigen hatte. Sie können auf Distanz nicht mehr so führen, wie Sie es vielleicht in der analogen Welt gemacht haben. Auch dort verändern sich verschiedene Parameter signifikant. Und ich glaube, was auf jeden Fall absolut im Fokus stehen muss, ist das Thema Vertrauen. Weil Sie können einfach nicht mehr ins Büro rein und sehen, was die machen im positiven, negativen Sinn. Ich rede jetzt nicht von Überwachen, sondern ich rede auch vom Begleiten, von Coachen, von Unterstützen. Das ist in einem virtuellen Umfeld eine ganz andere Herausforderung. Sie müssen sehr, sehr viel partizipativer führen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir die Führungskräfte jetzt deutlich stärker auch als People-Manager sehen und die sich selber auch natürlich so positionieren. Was heißt das? Also die Teams, die staffen sich teilweise selber. Also das Team entscheidet, wo sie arbeiten. Wer die führt. Okay, okay. Also nicht, wer führt. Das wäre dann ein Tyken weiter. Also so weit sind wir dann nicht. Also die Rollen, die Führungsrollen sind schon noch klar definiert und umrissen. Aber das Team koordiniert sich da ein Stück weit selber und sagt, was haben wir für Aufgaben, für Herausforderungen. Ob wir einen Sprint jetzt machen, ob wir schnell irgendwelche Ergebnisse liefern müssen, ob wir eher kontemplativ, konzentriert arbeiten. Da kann man vielleicht auch ein Stück weit disloziert, also virtuell arbeiten. Wenn es aber darum geht, neue Themen zu diskutieren, vielleicht auch ein bisschen kreativere Ansätze, dann haben wir auch hier die Raumstrukturen bei uns in den Büroräumen geschaffen. Während der Pandemie haben wir die ganzen Büros umgebaut. Stichwort Activity-Based Working. Dass die Kolleginnen und Kollegen, die im Hause sind, dann auch die Räumlichkeiten, die Umgebung finden, um dann auch entsprechend produktiv und gut zu arbeiten. Wo arbeiten Sie denn am liebsten? Ja, also ich mache jetzt mal so ganz kurzen Einblick in meine Woche. Wir haben ein Virtual Monday, wo wir wirklich auch virtuell arbeiten. Da können Sie mich auch mal im Homeoffice antreffen. Wenn ich mir so meine Arbeitswoche ansehe, ich bin dann doch fast fünf Tage von fünf Tagen unterwegs. Also für mich hat sich relativ wenig verändert. Das, was ich im Augenblick wieder genieße, sage ich auch ganz offen, ich habe es ja vorhin gesagt, dass mir der Kontakt zu unseren Mitgliedern einfach das Wichtigste ist. Falsch. Der Kontakt zu den Mitarbeitenden und den Mitgliedern. Das muss auch immer eine Balance sein. Und im Lockdown war das nicht möglich. Und das ist jetzt etwas, was ich wieder persönlich wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Einfach, weil es halt zwei Jahre weg war, dass ich wieder viel unterwegs bin vor Ort, bei den Kunden, bei den Mitgliedern und den persönlichen Austausch finde und suche. Also in dem Sinne doch ein bisschen die Rückkehr in die schöne Zeit vor der Pandemie. Herr Mayer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das offene Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und gern auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und, kleiner Tipp, schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts Chefgespräch haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Und, der hat Sie auch mal in die Shownotes. Danke. Danke. Danke.